da hat er wieder ein cockpit wieder verwendet halt eben und dadurch dann erster rangefinder einfach direkt hinterm cockpit erste rangefinder die beams links und rechts hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen folge von let's play starbase hier wieder auf dem ptu und in randosiebe mit einer schiffshoptour und dem freelancer hallöchen und wir sind schon beim nächsten schiff und zwar der karyptis und das design kommt mir leicht bekannt vor das habe ich schon mal irgendwo gesehen bei diversen schiffen das heißt der gute streamer ich habe den namen vergessen aber der ist immer wieder hier unterwegs gewesen und zwar hat er hier was hat er gebaut ein ein astro ein astro hauler der max speed fliegen kann selbst wenn er zwei t10 drin hat zweieinhalb zweieinhalb dann ist das maximale transport limit erreicht und es passt rein okay ja ansonsten haufen batterien und alles und der kann halt eben einzelne brocken nehmen aber das wird der ist nur für mache ich gleich der ist aber nur für groß nicht ins cockpit warum nicht nein ich komme nicht mehr raus machte die tür auf wenn ich finde der tür button ist gute frage scanner rangefinder was hat mir für ok oder hat rein schwein damit du direkt siehst wo ok wenn die rangefinder was treffen solltest du nicht weiter fliegen weil das ein haustier gegen ok die rangefinder sind dazu da damit du selber zu richtig zurecht findest er hat das waypoint system drin was haben wir hier vom button das unten der rote in der mitte ist der hatch button genau und da ist sabin von arusian airspace was haben wir das für button was sind die blauen buttons cabin light so sind die lichter ok was haben wir hier noch für ein button also das ist der waypoint ja hier hat er wieder doppelt gelegt also die buttons gelegt auf textpaneele auf progress bars problem wie sagt halt eben es kann sein dass es irgendwann gefixed ist und dann hast du dann funktioniert das hier nicht mehr dann ist das ist das cockpit völlig im arsch deswegen baue ich es eben nicht b1l was macht b1l und b2l keine ahnung dann haben wir den generator shutdown button unten streame modus das kennen wir schon free vip was macht denn der free vip button bin auch noch am durchschauen mir ist nur aufgefallen das schiff ist relativ leicht ok bei der große ja liegt daran dass er kein bastion verbaut hat als platten sondern ajatid macht die sache halt auch noch günstiger natürlich ja klar ja natürlich spaß ist auch nicht was am material mein ding kostet 1,9 millionen da musst du schon einige astroiden für haulen damit du das wieder rein hast also mit so ein t10 na gut so ein t10 asteroid mit 80.000 karodium drinne ja da kommt schon ein bisschen was zusammen so aber die musst du erstmal finden logischerweise ja oh hier braucht mich eine anleitung warte mal b5 bin genealog das unterten umsatz tige pik感じ jos escort twitch black okay der das war nur so und von wegen hey guck mal ich kann da dings machen wie viel abstand benötigt man noch mal zwischen den generatoren 48, also zwei Balken, nee, vier Balken also quasi eine Generatorbreite, wo siehst du das? Ganz oben Ganz oben Und ganz unten, und links und rechts mittig drin im Schiff Ah ja, das ist definitiv zu wenig Die Generatoren übertragen trotzdem Hitze untereinander Mhm Ja, das, und Platz wäre da gewesen, ne? Ja Definitiv. Das ist jetzt schade, das ist Okay, dann müsst ihr nochmal dran arbeiten Also wir haben durch Testen halt einmal zum Discord getestet Generatoren übertragen Hitze, sofern noch ein anderer Generator in den Bereich von 48 Blocken in der Nähe ist, also die zählen dann als einen und haben dann Umgebungshitze Also nicht nur, wenn die direkt aneinander liegen, sondern halt eben auch, wenn sie ähm, zu nah dran sind So wie hier zum Beispiel, also der hat definitiv ne zu hohe Wärmeentwicklung Aber ich glaube, er hätte eh Wärme-Lad-Panels überall dran, ne? Ich gehe also davon aus, dass es ausreichend wird Äh, dass es ausreichend ist Um die Hitze abzuleiten Also es ist jetzt kein, kein großes Problem Das Schiff ist trotzdem noch funktionsfähig Ist halt, du brauchst nur mehr Panel als notwendig Ich glaube, ich weiß nicht, wo der Generator gerade steht Aber ich glaube nicht, dass das reicht Ich bin noch kein Zentimeter geflogen Äh, die Hitze steht schon bei 58 Okay Wie bringe ich die Generatoren hoch? Ich flieg mal ne Runde Ich flieg auch mal gerade Also, aber der Reaktor ist gerade bei 53% Und die, solange die Hitze unter Generatorleistung ist Ist alles in Ordnung Oh, verzieht ein Stück beim Losfliegen Aber war zu erwarten Ja, bei der Größe kein Problem Ja, das ist nicht immer ein Problem vom Schiff Sondern ein Problem von Starbase Ja, das meine ich ja Sollte wir mir die Klappe zumachen? Aber umso größer die Schiffe Umso eher verziehen sie tatsächlich Ja, ja, definitiv So, also bei mir geht die Hitze und Dings gleichzeitig hoch Warte mal Äh, Krooskörtel Was machen jetzt die Buttons hier? Was ist das? Vipswitch? Was machen die Buttons? Keine Okay Ich habe gerade ein leichtes Problem zu verstehen Wie man Damit jetzt fliegt Und damit arbeitet Mit dem Ding Ja Ist dir beim Lenken auch was aufgeregt? Ne, was denn? Das fühlt sich bei mir an wie Wie ein Input-Lag Aber ich habe schon eine Vermutung Ne, bei mir ist das schon Ordnung beim Lenken Nichts Auffälliges Okay Ah, hier Bay 1, Bay 2 Damit gehen die Rangefinder an Für die Bay Okay Und damit gehen die Cargo-Logs an Okay Achso, da hast du eine Anzeige von Bay 1, Bay 2 Okay Er hat dann Oh, du kannst bis zu 4 Asteroiden Warte mal Musst du nicht 3 Cargo-Logs haben? 3 Cargo-Beams dann pro? Mhm Okay Mindestens 3 Dann kannst du wirklich nur 2 große Du kannst nicht mehr kleine Asteroiden damit Befördern Damit gehen nur große Weil kleine Asteroiden würden niemals Mehr als 2 erreichen Ja Und ich sehe gerade auch Wenn ich die alle anmache Obwohl die Da Und wozu ist der VIP Was ist der VIP? Was macht der VIP? Ich habe keine Ahnung, was der VIP tut Ah, okay Ich dachte gerade Er hat für die Cargo-Log-Frames Nur die 2 Original-Bolzen Wo geht er Steigt mal bitte aus Äh, okay Warte Lauf mal direkt hin das Cockpit Ja Ähm, mehr oder weniger Auf den Rangefinder Und schau dir mal die Beams Links und rechts Vom Rangefinder an Ähm, warte Ich bin hier gestunt gewesen Okay Was, aber was Was ist VIP? Hast du denn eine Ahnung, was es ist? VIP? Noch nicht Noch nicht Oh, warte mal Es können natürlich Work in Progress sein Das heißt, es sind einfach nur Buttons Die machen auch nichts Ja, macht Sinn Ja Macht tatsächlich Sinn Okay, dann hast du oben dann den Kranz Da hat er wieder ein Cockpit wiederverwendet halt eben Mhm Und dadurch dann Äh So Erster Rangefinder Ja Einfach direkt hinterm Cockpit Erster Rangefinder Die Beams links und rechts Oh nö Halt Dann schau mal nach rechts rüber Zum Zum Cargo Cargobeam, ja, sehe ich Und dann mal nach links Und jetzt nach links Also nach vorne dann, oder was? Ne Ähm Du schaust Dein Hintern ist an der Cockpit-Scheibe Ja Schaust auf den Rangefinder Ja Da siehst du ja die zwei Beams Ja Dann läufst du einfach nur mit D nach rechts Da ist es genauso versetzt Ja Und dann mit A nach ganz links Zu dem zweiten Da passt Wie hat er das denn geschafft? Ich kenne das Problem tatsächlich Ja, einmal falsch kopiert Aber das zieht sich auf der rechten Seite auch hoch Bis durch, ne? Mhm Ach, nö Ich meine, es tut dem Flug nichts Also es macht keinen Unterschied Fürs Fliegen oder ähnliches Es ist halt nur so Stopp Doch Hm? Das sorgt dafür Wenn es zu heftig ist Ne Äh Nebenbei nach rechts rüber Verzieht er dann nach oben Und es ist halt alles einmal Einmal versetzt Ja, ja Ähm Bei dem Unterschied jetzt tatsächlich nicht Ja Der Unterschied macht nichts Aber Wenn es halb gesetzt wäre, dann ja Aber bei dem Unterschied Das ist Die zählen auch als voll Voll zusammengetackerte Bolzen Es sieht halt Ja, aber die Masseverteilung ist es Es sieht halt nur Sieht halt nur kacke aus Ja, das auch Und Masseverteilung bei einem Asteroidenheuler Really? Really? Ich sag ja, bei dem Schiff Jetzt macht es nichts aus Bei dem Schiff ist es völlig egal Weil du kriegst eh nie einen Asteroiden Wirklich so, in dass er Wirklich perfekt sitzt Aber wie gesagt Du kannst maximal zwei große transportieren Keine kleinen Nichts anderes Du brauchst die Die T9, T10 Asteroiden hier Damit sich das lohnt Und auch daran habe ich Zweifel Ich glaube, dass er dann Ein Durability-Aroar hat Das wäre durchaus möglich Das müsste man Das müsste man mal testen Aber ja Nein Ne, werden wir nicht testen Weil ich suche jetzt garantiert Keinen T10 Asteroiden Um das zu testen Aber man müsste das mal Bei Gelegenheit mal testen Aber ja Das Ich mag die Schiffe von Cybern sonst Aber das ist ein bisschen komisch Das sind einige Sachen Für 1,9 Millionen Weiß ich nicht Also ich würde Aber auch schon länger Also ich würde es mir wahrscheinlich Erstmal auf ein PTO holen Und dann testweise Wirklich mal gucken Wie das ist zu minern Bevor ich mir das kaufe Aber ich denke Du wirst mit Anderen Asteroiden Haulern wirklich besser beraten Die sind günstiger Klar, es sieht auch wieder Recht schick aus Für so ein Asteroiden Transportschiff Und so weiter und so fort Hat ein recht cooles Cockpit und alles Und Aber ich bin unsicher Gerade wie gesagt Du kriegst ja keine Kleinen mit Also du musst dann wirklich Gezielt nur die Großen Rausfischen Und das finde ich Ziemlich nervig Dann wenn du da rumfliegst Und die Großen Rauspickst Aber wie üblich Geschmackssache Gut Ich gehe mal rüber An die Seite hier Das dritte Schiff In der Halle Und zwar haben wir da Okay Das sieht aus wie Ein richtig Übertriebenes Ach das war das Stinkschiff Ne Das Schiff was Scannen und Kaputschießen kann Ein Transport Spotter Fighter Der ITC Inside ITC ist einer der Größeren Corporations Hier auf dem Server In Starbase Starbase ja Ähm Die sind so ein bisschen Das Gegenstück zu Collective Und Collective mag Eigentlich keiner Ähm Ich weiß nicht warum Ich habe mit dem ganzen Company Drama Nix am Hut Ich höre halt nur Weil Leute über Collective schimpfen Weil die offenbar Alle komisch sind Keine Ahnung Ähm Ich weiß es nicht Ich kenne mich da nicht Aus Ich will mich da auch Nicht einmischen Weil ich bin nicht Wie in den Drama Hier Aber auf jeden Fall Ist ITC offenbar Die andere Corporations Die andere Große Corporation Und die beiden Sind wohl Öfter mal im Clinch Keine Ahnung Also ich denke Wenn dann nachher Die Station Siege Los geht Und so weiter Werden wir die Vermutlich öfter mal Sehen Dass die sich Gegen sich Belappen Und die haben Offenbar Dieses Schiff Hier entwickelt Ähm Ich muss erst mal Sagen Ich bin Ein bisschen Perplex Bezüglich der Wahl Der Der Menge Der Thruster Also das sind Acht Neun Box Thruster Plus Vier Triangle Thruster Für so ein Kleines Schiff Ja Ähm Was hat der Für eine Panzerung Das gucken Ähm Material Alles Karou In den Platten Allerdings Also die ist Auf jeden Fall Voll gepanzert Das macht Ich finde Ich finde die Verwendung Der Decals Finde ich hier Richtig geil Die haben Die Die Decals So hingebaut Dass es Quasi ein 3D Effekt Auf dem Metall Ist Es wirkt Als wären Das Nicht ganz normale Platten Sondern Als wären es Platten Wo so eine Delle Drinnen ist So geriffelte Platten Das finde ich Richtig gut Das ist Oh Gott Das gibt dem Ganzen Noch mal Eine schöne Äh Noch einen Haufen Schöne Akzente Und vor allen Dingen Wie gesagt Es wirkt Als wären es Einfach nicht Nicht nur Platten Sondern eben Platten Mit Dellen Drinnen Finde ich Persönlich Super Wenn man Von unten Drauf schaut So quer Reinschaut Sieht man Es ist Gerade Aber durch Den 3D Effekt Wirkt es Als wäre Schön Schön Okay Dann geht es Hier oben Rein Hier oben Ist die Tür So eine Doppelklappe Mit ITC Logo Und dann Da ist der Pilotensitz Äh Da Was kann Dann der Pilotensitz Hier Boost Power Cruise E-San Logischerweise Äh Fuel Timer Anzeigen Im großen Ganzen Sonst Nichts Wirklich Wichtiges Schöne Übersicht Hedge Und die Rods Oder gibt es Auch einen Rods Button Vermutlich Für die Fuel Chambers Wahrscheinlich Denk ich mal Dass du da rankommst Der Hedge Button Ne Der Rods Button Achso Ja Hier ist Nochmal Ah genau Da gehen hier So Seitenklappen Auf Wo du dann Die Fuel Rots Austauschen Kannst Und da ist Der Hedge Button Oben Nochmal Und wahrscheinlich Ist hier Nochmal Ein Hedge Button Draner Ne Hier sind Nur Griffe Draner Aber auch hier Wieder Die Hedges Mit dem Decal Drauf Womit man Erkennt Ach warte mal Das ist Die Fuel Chamber Also generell Designtechnisch Auf jeden Fall Eines der Besseren Schiffe Wie gesagt Wegen Wegen der Triebwerke Weiß ich Gerade Nicht Ob man Das wirklich So hart Braucht 347.000 Allerdings Vermutlich Durch die Waffe Den Plasma Laser Und den Scanner Da hat man Letztens schon Darüber Gewundert Wozu Der da Ist Und die Idee Bei dem Schiff Ist Eigentlich Dass du Damit Raus Fliegst Und halt eben Asteroiden Spottest Oder Eventuell Diese großen Titan Monde Suchst Zum Beispiel Und dann halt Das heißt Du nimmst Dieses Schiff Und Gehst Damit Auf Asteroiden Suche Und Dann Kommen Andere Vorbei Zu Den Koordinaten Und Meiner Das Für Eine Große Cooperation Ist Eine Coole Sache Für Einen Alleine Glaube Ich Ist Ein Bisschen Zu Viel Also Ich Möchte Jetzt Nicht Tausend Kilometer In Welt Fliegen Dann Da Asteroiden Markieren Dann Wieder Zurück Fliegen Mit Meiner Los Fliegen Und Dann Meiner Wieder Zurück Fliegen Das Fände Ich Ein Bisschen Heftig Aber In einer Großen Company Ist Das Durchaus Eine Legitime Sache Wo Du Dann Halt Ein Kanal Hast Und Du Hast Den Hast Getroffen Die Koordinate Und Dann Können Andere Sich Holen Und Fertig Dafür Auf Jeden Fall Eine Coole Sache Ein Bisschen Wie Sat Laser Um Sich Verteidigen Und Ein Scanner Damit Du Nicht Raus Muss Um Zu Gucken Wo Jetzt Was Da Gerade Ist Sehr Übersicht Cockpit Und Vor allen Dingen Auf Jeden Fall Max Speed Also Damit Kannst Du Wenn Du Angriffen Wirst Solltest Vermutlich Auch Dem Das Ich Wird Vermutlich Ohne Ohne Waffe Fliegen Weil Es Dann Die Hälfte Kostet Und Dann Kann Es Auch Mal Ein Rempler Passieren Ohne Dass Die Dass Die Da Haufen Geld Verlierst Also Von Daher Ja Wie Solo Würdest Mir Nicht Kaufen Sehe Auch Kein Grund Dazu Aber In der Company Durchaus Sinnvoll Das Zu Nutzen Was Etwas Stört Beim Schießen Dass Die Werfe Versetzt Ist Aber Das Liegt Natürlich Am Scanner Klar Ja Klar Der Scanner Ist Wichtiger Als Die Waffe Das Macht Durchaus Sinn Obwohl Die Linzen Beine Versetzt Da Musste Ein bisschen Mit Rechnen Warte Mal Oh Moment Warte Mal Der Hat Oben Einen Dings Was Ich Jetzt Gerade Erst Warte Mal Moment Seitlich Die Knöpfe Ne Der Weiße Der Weiße Der Ist Unterfahren Ich Jetzt Gerade Erst Ich Weiß Schon Was Du Meinst Hedge Rots Und Dann Seitlich Der Weiße Knopf Und Auch 2 Nice Aber Das Warte mal Wenn ich Jetzt Nach Oben Gucke Dann Passt Das Wieder Ja Super Das Ziel Ist Gut Ausgerichtet Und Wie gesagt Für So Kleinen Fighter Reicht Das Völlig Aus Der Soll Nicht Hauptsächlich Nicht Kämpfen Können Sondern Eher Hauptsächlich Scannen Können Aber Er Soll Sie Verteidigen Können Du Kannst Scouten Du Kannst Scannen Du Kannst Damit So rum Fliegen Und Hast Isan Drenne Für Die Koordinaten Und Das War's Definitiv Schönes Ding Und Die Steuerung Sehr Gut Gemacht Also Der Lässt Sich Gut Fliegen Vor allen Dingen Du Hast Wirklich Sehr Viel Übersicht Trotz Trotz Der Glas Paneele Überall Trotz Der Kanzel Du Hast Wirklich Eine Sehr Gute Übersicht Selbst Unten Kannst Du Das Ist So Das Richtige Gefühl Dafür Ne Der Fliegt Nebenbei Auch Mit Drei Triebwerten Weniger Immer Noch 150 Wer Hätte Das Erwartet Ja Aber Es Ist Sehr Gut Triebwerke Auf Jeden Fall Overkill Ich Geht Den Scanner Und Okay Scanner Skript Anyway Gehen Mal Rüber Zum Nächsten Schiff Würde Ich Sagen Und Das Ist Dann Im Anderen Raum Und Zwar Wenn Ich Mich Nicht Verguckt Habe Ist Da Ein Panzer Ich Kann Mich Verschaut Aber Ich Glaube Da Steht Ein Panzer Wo War Das Ich Habe Es Gerade Noch Gesehen Hab Ich Hier Drüben Neben Genau Hier Drüben In Der Lobby Okay Doch Kein Panzer Ah Okay Okay Doch Es Ist Ein Panzer Ja Ich Dachte Mir So Richtig An Panzer Das Sah Aus Wie Captain In Dem LOD Aber Es Ist Ein Kampfschiff Das Sind Die Triebwerke Okay Der Hat Fast Mehr Bolzen Als Andro Oder Und Ich Wurde Sagen Der Ist Teilweise Dreifach Gepanzert Der War Aber Auch Sehr Lange Defekt Okay Mittlerweile Funktioniert Er Den Habe Ich Mir Schon Sehr Oft Fürs PvP Event Überlegt Okay Ich Glaube Den Gönne Ich Fürs Nächstes Mal Wahrscheinlich Wenn Wir PvP Event Machen Irgendwann Fliegen Bitte Erst Probe Was Hat Er Das Ist Der Gladiator Speed Speed Laser Und Normal Sides Vier Laser Kern Ja Die Missile Launcher Da Bin Ich Bei Unsicher Mittlerweile Tun sie Mittlerweile Gehen sie Okay Kostenpunkt Eine Million Aber gut Bei der Bewaffnung Kein Wunder Allein Die Vier Laser Cans Ja Okay Wir schauen Mal rein Wir schauen Mal rein Wie Genau Funktionieren Raketen Du musst Erst Was Anvisieren Und Dann Du Tritt Mittlerweile Bei dem Schiff Du Tritt Zwei Knöpfe Und Beim Ja Doch Zwei Knöpfe Und Beim Zweiten Knopf Fliegen Die Ersten Zwei Raketen Los Nichts Anvisieren Sonstige Scherze Knopf Drücken Feuer Frei Das ist Blind Fire Oder Was Oder Zielsuchen Raketen Nein 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 Ziel Suchen Sind Nur Torpedos Okay Lassen Diesen Die sind Sofort Weg Okay Ich muss Auch nur Einen Knopf Drücken Das Fliegen Beide Der Rote Knopf Und Dann Sind Sie Weg Trick Vorher Bitte Battle Zu Spät Ging Auch Ohne Ja Es Geht Aber Wenn Du Fliehst In Die Raketen Und Ohne Battle Dann Geht Ihr Strom Aus Und Dann Entlocken Die Sich Und Verstehe Nicht Die Raketen Sind Weg Das Ging Schnell Was Der Rote Button Ist Ein Power Button Generell Ja Das Ist Der Power Button Da Haben Wir Die Laser Wo Schießen Die Denn hin Das Fadenkreuz Ist Nicht Ganz Korrekt Kann Das sein Nein 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 Das Fade Ist Ja 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 Okay Das Ist Wirklich Mehr Deko In Dem Fall Das Ding Ist Aber Arschlarm Oder Kann Das Sein Also Wenn Das Ding 100 Meter Pro Sekunde Dann Dann Ist Das Viel 113 Habe Ich Gerade Gehabt Es Wirkt Sehr Lahm Arschig Okay Doch 150 Verwende Verwende Nicht In Deinem Fall Q Und Ehe Um Dich Zu Bewegen Sondern Rotier Und Nimm Hoch Und Runter Ja Ja Dann Ist Er Bedeutend Beweglich Ja Ja Ansonsten Ist Der Sehr Zäh Ja Also Schon Eher Ich Würden In Bomber Klasse So Ein Bisschen Aber Der hat Da Gar Keine Bomben Ne Raketen Der Battle Modus Selber Ist Okay Der Macht Dann Genug Strom Und Dann Überhitzen Einfach Einfach Nur Die Lasern Fertig Aber Den So Zu Steuern Wund Wie Extrem Schwierig Dann Gut Du Kannst Dann Ganz Schön Zielen Ich Wird Vermutlich Die Sensitivität Der Hebel Umschalten Weil Das Ist Noch Ein Bisschen Heftig Der Unterschied Ist Nicht Drinnen Ist Nicht Nicht Drinnen Habe Ich Schon Versucht Okay Ich Wird So Sehen Hoch Und Runter Ist Dein Flug Modus Und Rotieren Und Links Und Rechts Ist Dein A Modus Daran Muss Ich Gewöhnen Das Nichts Für Mal Eben So Nein Überhaupt Nicht Ich Muss Aber Sagen Andere Flugspiele Jetzt Es Ist Sehr Realistisch Tatsächlich Ja Wie gesagt Für Eine Million Ganz Okay Aber Raketen Musst Dem Ständig Aufstocken Das Ist Ein Problem Du Musst Bei Raketen Wenn Die Wechseln Sind Die Weg Ne Und Ja Gut Er Hat Aber Maximal Menge Sozusagen Dabei Das Problem Natürlich Ist Auch Raketen Die Nicht Ziel Suchen Sind Bringen Nichts Nicht In Dem Spiel Also Nicht Nicht Im Normalen Dog Fights Also Klar Eventuell Bei Capital Chips Nachher Oder So Oder Bei Stationskämpfen Eventuell Bei Großen Zielen Die Nicht Weg Können Dann Ja Ja Auch Große Frachter Ja Okay Ja Aber Selbst Die Sind Teilweise Zu Schnell Dafür Einmal Hinten In Die Triebfärte Reingeht Der Schip Ist Halt Doch Mit Knappe 130 Etwas Lärm Also Es Ist Kein Feiter Sondern Ehrenbomber Wie Du Schon Sagt Das Definitiv Ja Er Kann Sich Wehren Aber Er Ist Mehr Für Große Und Schwere Ziele Gedacht Genau Okay Aber Für Eine Million Ja Übelst Gepanzert Da Müsst Du Wahrscheinlich Ein paar Mal Raubballern Bis Du Irgendwas Trifft Was Eventuell Gefährlich Ist Betätigt Man Den Raketenwerfer Button Zu Schnell Ist Das Schiff Weg Das Blöd So Komm Einmal War Noch Und Zwar Gehen Wir Mal Rüber In Den Nächsten Was Bist Du Denn Für Eine Schönheit Hallo Pelagius Peekaboo Okay Ich Bin Verwirrt Explorer Fighter 18 Box Thruster 32 Triangles Retracting Gun Base Carodium Ergisium Approach Avoidance Damage Schöne Okay Er hat Ausfahrbare Waffen Halt Da habe ich Gerade Gelesen Aber Allgemein Sehr Schöne Schiff Meiner Meinung Ganz ehrlich Sieht aus Wie ein Fliegendes Fernglas Peekaboo Binocular Genau Es ist ein Explorer Ich Find Schön Hier Diese Platten Die Rüstungsplatten Die Hochgeschoben Sind Das Wirkt Ein Bisschen Als Wären Die Hochgeschoben Als Wären Die Ausfahrbar Um Platz Zu Machen Für Die Triebwerke Sind Logischerweise Fest Verbaut Es geht Nicht Anders Aber Es Könnte Man Die Die Zu Klappen Und Dann Wenn Die Wenn Wenn Triebwerke Verdeckt So Wirkt Es Zumindest Okay Ich Gehe mal Ich Gehe mal In den Testmodus Kostenpunkt 967.000 Also auch Relativ Teuer Das Ding Ja Verschiedenste Panzer Hatten Sie schon Erwähnt Carodium Egyzium Um Verschiedene Sachen Zu Testen Und Du Hast Ausdrehbare Kapitänssitze Und Das Hier Ist Die Ausfallbare Gun Bay Okay Ist Natürlich Ein Bisschen Scheiße Dass Die Ausfallbare Gun Bay Direkt Auf Den Pilotensitze Zeigt Nein Ist Es Nicht Sicher Ja Ich Hab Es Ausprobiert Das Schafft Auch Kein Softie Okay Also Wenn Was Schief Wird Ist Doof Gun So Da Geht Das Ding Auf Und Dann Fährt Das Ding Runter Und So Klappen Gehen Zu Unnötige Löcher Zu Vermeiden Ist Schon Sehr Geil Wo Geht Es Hier Raus Zwischen Den Waffen In Der Schwarz Da Ja Open Close So Es Es Gibt Gibt Ganzen Wirklich So Schönes Wuchtiges Jetzt Fahren Die Waffen Aus Gefühl Ich Wünsche Das Ich Wünsche Das Jetzt Gebt Es Ob Nochmal Aber Dafür War Wahrscheinlich Kein Platz Mehr Dass Du In Alle Vier Richtungen Waffen Aus Seite Battle Mode Das Wäre Mega Ja Okay Aber Die Idee Ist Gut Der Definitiv Und Mehr Platz Vor All Dingen Da Haben Wir Ein Paar Beacons Das Das Nach Oben Wird Noch Gehen Wahrscheinlich Ja Nach Oben Könnte Gerade Noch So Gehen Wurde Aber Auch Schon Knapp Dann Ja So Dann Hast Du Den Safety Button Aber Du Kannst Umschalten Wo Du Vor Möchtest Links Bindung Die Sind Oben Nicht Connected Warte Mal Hier Ist Aber Da Ist Eine Verbindung Dann Ist Oben Wahrscheinlich Irgendwo Ein Connector Drinnen Der Nur Connected Wären Das Ding Unten Ausgefahren Ist Nein Nein Läuft Über Button Sobald Der Button Gedrückt Ist Fährt Die Waffe Erst Hoch Die Zeit Des Hoch Fahrends Der Waffe Reicht Dass Die Nach Unten Fährt Und Direkt Beim Einfahren Ist Die Strom Weg Und Somit Kann Die Nicht Mehr Schießen Ob Man Will Oder Nicht Na gut Wie Drehe Den Man Sitz Gerade Chair Ja So Fliegen Tut Sie Auf 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 Jeden Ein Sehr Geräumiges Cockpit Du Hast Alles Schön im Blick Okay Gibt Zwei Buttons Die Ich Gern Von Dir Erklärt Haben Möchte Welche Wo Ist Der Wecker Der Was Der Wecker Was Für Ein Wecker Es Gibt Nude Und Es Gibt Snooze Wo Ist Der Wecker Wo Siehst Du Mute Und Snooze Ne Beim Erfolgen Schaden Was Machen Die Ja Irgendein Alarmsystem Eventuell Ich Glaube Der Hat Ein Alarmsystem Wenn Du Zuviele Schaden Hast Zuviele Schäden Hast Und Da Kannst Du Den Alarm Muten Oder Snoozen Direkte Darüber Hatte Ja Die Info Nominal No Errors Und Die Höhle Und Ich Glaube Wenn Du Wenn Du Schäden Hast Oder Wenn Du Wenn Die Stärke Klasse Gesunken Ist Unter 1 Dann Ist Vermutlich Ein Alarm Und Den Kannst Du Dann Ausschalten Er Wollt Und Approach 1,2 Ähm Achso Die In der Mitte Ah Okay Das Ist Eine Sehr Dürftige Variante Für Das Avoy System Oh Das Approach System Hat Ein Problem Hab Ich Noch Nicht Getest Das Approach System Gibt Gas Wenn Er Nichts Findet Das Oh Das Sollte Das Sollte Das Sollte Das Sollte Das 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 Sollte Das Sollte Es Gibt Wieder Ein Audio Warnsystem Was Natürlich Im Testmodus Nicht Richtig Funktioniert Ja Generator Control Generator Rad Normal Einstellen Limit Safety Button Okay Oh Oh Schau mal Über Deltas Über Dem Deltas Da kannst Du Ein Waypoint Eingeben Und mir Kommt Das Prinzip Sehr Bekannt Vor Über Dem Oh Ah Okay Was Wie geht Denn das Flieg Einfach Mal Das Ist Mist Ich habe Ein Durability Error Was Ist Das Für Wie kannst Du In Progress Bar Du Frätst Die Genauso Ab Wie Genauso Gebe Ich Bei Mein Waypoint System Achso Ach Das Das Wäre Panel Value Panel Min Und Panel Max Ja Du Kannst Die Alles Klar Clever Okay Funktioniert Astrain Und wie Speicherst Du Das Dann Das Ist Ein Speicher Achso Das Ein Panel Ist Ein Speicher Platz Deswegen Theoretisch Unendlich Erweiterbar Du Musst Aber Von Hand Immer Eintragen Dann Ja Ein Mal Dafür Kannst Du Endlich Viele Speichern Wo Willst Nicht Speichern Hier Nicht Das Was ich Ja Meinte Das War Meine Frage Gerade Wo Kannst Du Hier Speichern Hier Nicht Ja Danke Das War Meine Man Man Ja Also Auf Jeden Fall Einige Gute Sachen Die Einfallbaren Waffen sind Logischerweise Ist Natürlich Schon Feature Auf Jeden Fall Deswegen Nach 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 Fernglas Ja Ganz Ehrlich Das Schreit Doch Förmlich Danach Das Ding Als Fan Das Zu Bezeichnen Oder Ganz Ehrlich Peekaboo Kennst Du Oder Ja Peekaboo Ist Der Vogel Mit diesem Ja Aber Bei den Peekaboo Geht es Glaub ich Um die Waffen Die Dann Plötzlich Ausfahren Ich Glaube Es Geht Um Schiff Weil Es Sieht Aus Zwei Riesige Augen Im Normalfall Ist Peekaboo So Eine Aussage Beim Suchen Und Verstecken Genau Und Ich Ich Denke Es Eher Ich Denke Es Eher Es Geht Um Das Verstecken Oder Beides Aber Ja Generell Schöne Schiff Gutes Design Ausfahrbare Waffen Habe ich Bisher Noch Nicht Gesehen Und Das Die Haben Es Richtig Gemacht Ich Wünsche Noch Mehr Davon Wirklich So Komplett Battle Mode Und Dann Fahren Überall Waffen Raus So Jetzt Es Los Noch Fragen Aber Wir Sind Dann Wieder Platz Frage Hier Wieder Das Ja Obwohl Es Es Gibt Aktuelle Diskussion Bei uns Im Discord Auch Bezüglich Bezüglich Der T3 Nossels Dass Die Leistung Eher Marginal Ist Ja Ist Es Auch Also Man Kann Es Sie Kosten Natürlich Deutlich Mehr Aufgrund Des Materials Weil Imrium Und Karodium Und so Worte Es Kostet Ein Bisschen Was Und Die Bringen Nicht So Viel Mehr Leistung Du hast Glaublich Mehr Davon Wenn Du Ein Weiteres Triebwerk Anbaust Anstatt Die Nussle Zu Verwenden Ja Ja Auf Jeden Fall Deswegen Ich glaube Pro Triebwerk Ich bin Mir Es Nicht Mehr Ganz Sicher Ich Glaube 20.000 Mehr Aber Wenn Du Wie Bei Diesem Schiff Den Platz Nicht Hast Nur Ein Bisschen Mehr Schub Brauchst Ja Klar Idee in Ordnung Große Schiffe Eher Nicht Ja Den Da drüben Der immer So grimmig Guckt Gerade Mit Den Lila Augen Der Interessiert Mich Gerade Lasst Mich Wissen Was Ihr Von Den Schiffen Haltet Die Ihr Gesehen Habt Gerne Kommentare Dazu Oder Auch Infos Was Ihr Sehen Wollt An Beischiffen Was Euch Interessiert Was Schön War Was Nicht Was Eurer Favorit War Bisher Und Ansonsten Wenn Es Dir Gefallen Hat Gerne Subskriben Oder Nächsten Rechte Devis Klicken Da Geht Ein Biss Mehr Von Mir Wir Sehen In Nächsten Folge Wieder Bis Da Hin Tschö Tschö